Hallo meine kleinen Zuschauer, meine kleine Kinder-Community. Wollen wir heute ein Minecraft-Let's-Play machen? Los, kommt, setzt euch auf Papa-Balls-Schos. Nein, Spaß bei Seite. What's Shakin', One Man Two Balls hier. Ich habe heute ein sehr informatives Video. Irgendwie auch lustig und irgendwie auch gruselig. Ekelhaft, ekelerregend, verstörend. Es geht um Minecraft, ja. Ich bin ja sehr viel auf dem amerikanischen YouTube unterwegs. Grund ist einfach, ich finde die Leute viel lustiger, unterhaltender. Und die haben viel mehr Entertainment drauf. Das ist nicht so wie im deutschen YouTube, dass jeder sich so gut darstellen muss. So dieses Image hat, ich bin so toll, ich bin so krass. Jeder denkt eher wie Kollege und so. Aber darauf will ich jetzt auch erstmal nicht eingehen. Ich will darauf eingehen, ich habe was gelesen. Das werdet ihr mir nie glauben. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht nicht. Ich werde es ihr trotzdem sagen, erklären. Und für alle, die Minecraft lieben. Es tut mir wirklich leid, wenn ich eure Gefühle verletze. Aber Minecraft ist ein verdammt perverses Spiel. Also. Ich werde euch etwas in der Beschreibung unten verlinken. Und zwar hat einer der größten Pornoseiten, Pornhub, öffentlich gepostet, dass Minecraft, also der Tag, wenn man auf Pornoseiten irgendwas sucht, wie Fußfetisch oder was weiß ich, einer der meistgesuchtesten Tags ist. Beziehungsweise dieser Tag ist derjenige, der gerade richtig steil nach oben geht. Ich glaube so bei 19 bis 25 jährigen. Auch Frauen. Nicht nur Männer. So. Jetzt denkt ihr euch, what the fuck. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist kein Scheiß. Ich habe das wirklich durchgelesen. Das ist wirklich serious, wie die das meinen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, welcher Mensch... Also, jeder kann ja sein Fetich haben. Solange er dabei keine anderen Menschen verletzt oder... Na, obwohl beim Sadomaso, wenn beide damit einverstanden sind, dann ist das eine andere Sache. Aber gegen seinen Willen verletzt oder Tiere irgendwie verletzt oder verhaltigt. Keine Ahnung. Was es jetzt da so auf der Welt gibt. Welcher Mensch setzt sich wirklich vor den PC, ist rattig und denkt sich, boah, jetzt ziehe ich mir Blöcke bei einem Sexhaben rein. Also, ich weiß nicht. Wie funktioniert das? Ist es dann so, boah, deine Blockschenkel sind heute so sexy. Hm. Der Skin ist zwar so flach, aber man sieht deine Möpse gut durch den Skin und so. What the fuck? Was ist los mit den Leuten? Na, erklärt es mir. Bitte. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ohne Scheiß, wenn einer von euch den Mumm hat, unten in die Kommentare zu schreiben. Ey, Steven. One-Man-Army. Hört mal gut zu. Ich habe das schon mal gemacht. Ich habe mir schon mal auf Minecraft eingecoilt oder so. Ohne Scheiß. Ich gebe dir 100 Euro. Ich komme persönlich bei dir zu Hause vorbei. Ich gebe dir 100 Euro und danach dusche ich dich sogar noch. Das ist kein Scam. Kein Betrug. Kein Scam. Ne, aber ohne Witz. What the fuck? What the fuck? Was ist nun los mit diesem Planeten und was ist nun los mit der Menschheit? Weil da denkst du schon, die Leute, die du auf der Straße siehst, sind schlimmer. Bei dir im Internet sind ja noch viel schlimmer. Naja. Zum zweiten Thema. Die Minecraft-Community ist ja doch ziemlich pervers, wenn wir uns jetzt einmal angucken. Da gibt es sowas wie Pornos für dieses Spiel, was eigentlich ein Kinderspiel mit einer Kinder-Community ist. Ähm. Und zu dem Thema Fetisch, wenn man anderen wehtut. Ja. Wie es aussieht, passiert sowas auch. Äh. Viele amerikanische YouTuber und mittlerweile auch ich machen Witze darüber. Äh. Du bist voll der Minecraft YouTuber. Du fährst doch Kinder an und bist voll der Pädobär. Ähm. Dazu werde ich mich jetzt auch mal äußern. Ne. Das heißt nicht, dass Gronkh Kinder lieb hat. Ja doch. Er hat sie wahrscheinlich schon lieb. Also. Lieb, lieb. Nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Nicht auf diese Art lieb. Sondern auf eine gesunde, menschliche Art und Weise. Respektvoll. Und so. Es ist wirklich schon passiert. Das ist kein Scheiß. Das ist keine Story. Es gibt mittlerweile fünf oder sechs YouTuber. Also amerikanische YouTuber. Minecraft-YouTuber. Und natürlich mit einer jungen Community diese Sachen wie Survival-Games spielen. Oder PvP-Minecraft und sowas. Die wurden exposed. Exposed heißt sowas wie ähm. Sind aufgeflogen in der Öffentlichkeit. Die wurden an Pranger gestellt. Wisst ihr. Und. Obwohl die diese junge Community haben. Und Minecraft mögen. Und spielen. Und alles mögliche. Sind sie entweder pädophil. Haben eine pädophile Vergangenheit. Oder. Waren während ihrer Zeit auf YouTube in pädophile Aktivitäten verwickelt. Also. Kriminelle Aktivitäten. Jetzt werdet ihr euch denken. What the fuck erzählt der mir. Das ist kein Scheiß. Das ist wirklich kein Scheiß. Ja. Minecraft-YouTuber sind pädophil. Also nicht alle. Meine Güte. Ich mag ja selber Minecraft. Und ich muss ehrlich sagen. Oh Gott. Ich fühl mich so. Ich fühl mich so dreckig. Ich würde am liebsten unter die Dusche gehen. Mit einer Flasche Wodka. Angezogen. Und einfach nur heulen. Ich hab dieses Spiel. Also. Geliebt. Ist das jetzt bisschen übertrieben. Aber ich mag es halt. Und ich find's auch gut. Dass es sowas gibt. Stell mal vor. Du bist ein Vater. Dein Kind spielt Minecraft. Ist tausendmal besser als Call of Duty. Und du musst ihm natürlich nicht tausende von Lego Steinen kaufen. Und glaubt mir. Lego Bausteine sind teuer. Diese Bausets. Weil du für die Marke zahlst. Da ist Minecraft schon ganz cool. Ja. Das Kind kann kreativ sein. Findet vielleicht Freunde. Wenn's jetzt nicht unbedingt die ganzen Internet-Trolls sind. Aber. Dann gibt's natürlich wieder die böse Seite dieser ganzen Community. Die Leute gucken sich darüber Pornos an. Über Minecraft. Was ich nicht verstehen kann. Und auf der anderen Seite gibt's sogar pädophile YouTuber. Die. Eine Community aus. Sagen wir mal im Durchschnitt. Acht bis Zwölfjährige haben. Also irgendwas läuft da doch falsch. Beziehungsweise wahrscheinlich. Lockt es genau diese Leute an. Oh Gott ey. Oh Gott. Oh. Das ist so krass. Als ich das alles gelesen hatte. Beziehungsweise gehört hatte. Ich war echt kurz davor. Irgendwie zu meinem Bahnhof zu gehen. Mich vor. Den Zug zu werfen. Ey. Ich dachte mir nur. Ne. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht sein. Und ich hatte mich immer anfangs gewundert. Wieso die Amerikaner auf YouTube. Oder auch in irgendwelchen Gaming Community sagen. Öh. Du bist doch bestimmt ein Minecraft YouTuber. Ah. Natürlich bin ich ein Minecraft YouTuber. Manchmal warte ich auch vor der Grundschule. Und guck mir Jennys neue Leggings an. Oh. Boah. Bah. Ist das ekelhaft. Ah. Na. Wie dem auch sei. Das wollte ich euch nur mal erzählen. Das ist natürlich ein bisschen krasses Thema. Aber. Vielleicht wusstet ihr es. Vielleicht wusstet ihr es nicht. Vielleicht ist es interessant. Was mich auf jeden Fall interessiert. Also das interessiert mich wirklich. Ja. Ich will eure Kommentare unter der. Unter diesem Video sehen. Und ich will wirklich wissen was ihr darüber haltet. Dass da Pädophile in der Minecraft Community sind. Ah. Das ist so krass. Ey. Das ist einfach so krass. Na. Wie dem auch sei. Wenn euch das kleine Video hier gefallen hat. Dann. Gib mir ein Like. Weil ich will wachsen. Und das supportet mich wirklich. Ich freue mich auch wieder. Dass ich da bin. Wirklich. Ich. Hab so viele positive Nachrichten von euch gehört. Und. Ich muss euch sagen. Ich liebe euch. Meine Kinder. Nein. Aber. Wie dem auch sei. One man two balls. Over and out. Peace. Peace. I love little girls. They make me feel so good. They make me feel so good.